Hey Leute, Willkommt zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Dude Perfect, also, äh, ich weiß nicht, ob das Spiel so heißt, aber, ähm, wow, die, ähm, Dude Perfect ist so ein, oh, ähm, wo nach oben und Power, okay, ähm, auf jeden Fall, Dude Perfect ist auf YouTube, ähm, so ein Dinger, wie heißt es, ähm, so ein Stunt-Team sozusagen, die machen so ultra coole Quick Shots und ja, ist so ein Spiel von denen und, ja, wir müssen einfach in einen Basketballkorb werfen, eigentlich, ähm, einfach zu erklären. Okay, ich gehe mal in Level 2, so, okay. Oh, ähm, so, Bälle, okay, treffe ich. Ja, ich habe die 3, nur 4, gut. Okay, erste 2 Level volle Sterne, also 3 Sterne, das ist gut. So, okay, nächstes Level. Du hast eine begrenzte Anzahl an Schüssen pro Level. Okay, ähm, volle Kraft würde ich mal sagen nach da. Oh, Alter. Oh, ja, das, das war gut. Okay, und dann, so ungefähr nach da. Oh, oh, oh. Oh, schade. Ich glaube, diesmal werde ich nicht mit 3 Sternen davon gehen. So, das sollte treffen. Bitte, ich krieg zwei, bitte. Oh nein, 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 nein. Okay. Vielleicht denn noch so? Ja. Wie viele Sterne? Ich mach nochmal. Leute, ich will drei Sterne. Deswegen mach ich's einfach nochmal. Okay. Erster ist wieder drin. So, und jetzt. Oh, bitte, das trifft. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja. Okay, gut. Okay, gut. Level 4. Okay, dann muss ich mal. Mach da erstmal. Ich hoffe nur, ich... Das wird nicht daneben gehen. Oh, okay. Gut. Hier volle Power. so. Genau. Ja, wow. Ist wieder rausgeflogen. Okay. So ein bisschen. Ach. Ach, schade. So. So. Bitte, geh nicht raus. Oh. So. Okay, ja. Okay. ich werde das geht bei einem Stern machen es noch das noch mal so ungefähr und dann oh nein noch mal okay jetzt werde ich nicht mehr wiederholen oh nein nein das muss einfach sein ok wartet so das geht nicht an und das hier ist eigentlich kein Problem so ok erstmal ein cooler ok gut 3 Sterne jetzt die 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 so ich mach mal eine volle Wunsch es war deutlich schwerer zu werfen also es ging schwerer so ihr versteht was ich mein der Basketball fliegt höher sozusagen und kräftiger weil ja die Bowling Kugel schwerer ist ok 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 es war ein perfekter Schuss eigentlich ok direkt weiter ok ähm so ja ich glaube ich darf nur wenn das ne es kommt nicht so weit oder ne aber ich glaube ich musste das eh machen wegen dem Glas oder ja Mist so los verloren oh bitte schieb mich raus und dann ich hab nur noch 3 3 so und so ok ich glaub ja das geht rein ähm ok gut so ich kann es nicht kaputt machen aber das ich kann doppelpunkte machen machen ok ich mach glaub noch ein paar Levels ok 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 so ich hab wieder Batterie komm damit ich mehr spiele spielen kann es ist es ist es ist es ist es ist eine bestimmte Anzahl an Liederns also versuchen bitte es geht rein oh nein ich hoffe hä wie soll man das treffen so bitte es ist nicht zu kurz und nicht zu weit oh nochmal ok so so und so warte schon nein ok nochmal ich mach's halt gerne nochmal nein ich würde gerne ähm ziemlich viele Sterne bekommen ok so so oh 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 ohne es geht rein bitte ok ja ok ju okay Okay, ja, jetzt bin ich bis hin. Alles ist klar, am Ende darf ich mich noch mal. Und so. Ja, okay. So, spielen. Ähm, muss man das nehmen? Nee, ich glaub, das zeigt... Warte, ich nehm's mal. Ach so, das zeigt, dass man richtig genau schießt, glaub ich. Ja. So, dass man in den Korb sitzt. Geht das auch mit der Bowling? Nein. So. So. So, das werde ich dann auch nicht mehr einsetzen. Außer ich komme gar nicht mehr weiter in einem Level. Ich hoffe, das trifft. Ja. Okay, ähm. Es waren drei Stände. Ich hab nur schnell auf Weitergeklickt. Und spielen. Ich muss anscheinend... Muss ich den so treffen? Ja, muss ich. Aber oh, das war gut. Ich mach, glaub noch... ...zwei, drei Level. Ähm. Okay, ich probier's mal so. Oh, schade. Oh, schade. Nochmal. Ich glaub, ich weiß jetzt genau wie. So. Ja, super. Okay, es war gut. Okay, weiter. Ähm. Ähm, Leute. Oh nein, ich muss das Spiel neu starten. Dann, bis gleich. Ähm, so läuft ich denn wieder da. Okay, es geht weiter. Ich muss das Spiel neu starten kurz. Wie stark muss ich werfen? Ich kann jetzt gerade nicht einschätzen. Oh, oh, ja, okay. Gut. Ähm, ja. Jetzt kommt ein besonderes Level, irgendwie, weil daneben dieser Helikopter ist. Ich weiß es nicht. Nee, glaub nicht. Was bedeutet das da hinten? Ich hoffe, es bedeutet mal nichts. Warte. Nicht volle Wucht, oder? Oh, oh. Oh nein. Okay, nochmal. Diesmal volle Wucht. Weil das kann in einem Schlag drin sein. Muss aber nicht. Okay, nochmal. Oh, oh nein. Diesmal muss ich. Noch ein. Okay, let's retry. So, mehr, mehrmals. Oh, oh, oh. Scheiße. Okay, jetzt. Ähm, drei verwerten Versuche. Oh nein, ich kann nicht. Oh, oh. Aber, hä? Wie soll ich das reinkriegen? So, erst mal. Okay, ich werde null Sterne bekommen. Und wie das? So, so. So stark. So stark. Was? Das war drin? Okay. Ein Stern. Ich mach noch ein Level. Nein, werbung. Oh, ich kann nicht mehr. Oh. Doch. Eine Runde noch. Oh, was ist denn? Ähm. Das ist, ich muss. Oh, okay. Ich glaub, schlauß, du wärst hier eine Bowlingkugel. Oh, das wird angezogen. Okay, Leute, ich würde mal dann an dieser Stelle sagen, wenn euch das Video gefällt, gefallen hat, like und schau, Leute.